kuscht der markt etwa vor der fett zinsentscheidung die heute abend ansteht eine stunde früher als normalerweise das liegt daran dass die amerikaner noch nicht auf winterzeit umgestellt haben erst ab dem wochenende wird das der fall sein das heißt ihr wisst natürlich die börse hat eine stunde früher angefangen und das heißt auch dass die fett nicht um 20 uhr europäische zeit oder deutsche zeit sondern schon um 19 uhr ihren zinsschritt verkündet das statement veröffentlicht und dann kurze zeit später dann auch natürlich die pressekonferenz hat also das wird den markt mit sicherheit bewegen in welche richtung das bleibt noch abzuwarten aktuell allerdings sind die marktteilnehmer noch nicht so 100 prozent glücklich woran erkennst du das würde man wahrscheinlich fragen naja an der abwärtsrichtung ist das eine aber auch die art und weise der abwärtsrichtung denn wenn wir uns das mal angucken wir hatten von diesem hoch was wir hatten das war das hoch 1. november 13 uhr 30 irgendwie sowas in richtung eine starke richtung nach unten anschließend sind wir irgendwie korrektiv nach oben gelaufen es ist jetzt kein schöner trend kanal jetzt in dem sinne aber ich denke dass das aufwärts ist müssen wir nicht diskutieren denn der kurs war hier zwischenzeitlich war er hier oben irgendwo auf diesen höheren tiefs und höheren hochs unterwegs also damit aufwärtsrichtung und wenn ich unterscheiden muss was war denn stärker die abwärts oder die aufwärtsrichtung dann ist wohl nachvollziehbar dass es die abwärtsrichtung ist und dementsprechend weil das ein echtes hoch ist der kurs kam ja von der tiefe das ist also ein echter startpunkt ein möglicher echter startpunkt einer bewegung die erste bewegung war abwärts anschließend etwas was wir korrektiv nach oben eben sehen und die erwartungshaltung ist die nicht zwangsweise getroffen werden muss aber die erwartungshaltung ist dass wir irgendwo in diese zone locker rein laufen können und wer es nicht genau ablesen können das ist ungefähr bei 3800 für den s&p 500 future december kontrakt als wenn ihr abweichende kontrakte handelt müsst ihr das gegebenenfalls noch mal übersetzen aber das wird euch leicht fallen ihr nehmt einfach den startpunkt den höchsten punkt hier den endpunkt dieser ersten bewegung und dann habt ihr die länge die wir hier haben ich habe es jetzt ein bisschen zu lang gemalt und dann wisst ihr ungefähr wie das hier ist zeigefinger daumen ist die einfachste methode wenn ihr gar kein chartprogramm zur verfügung habt ansonsten könnt ihr natürlich das auch exakt messen und könnt dann sagen okay wie weit ist das wir können das mal exemplarisch mal machen wir messen mal die erste bewegung vom höchsten zum tiefsten punkt da unten und dann machen wir die aufnahme der abwärts bewegung ist da losgegangen und dann haben wir hier marken 3800 06 wenn man es ganz genau nimmt aber vorsichtig 06 ist natürlich eine aussage ob das jetzt exakt 06 ist das ist steht in den sternen aber es wäre zumindest mal etwas dass wir in diese richtung ohne weiteres gehen ein bisschen gröber würde ich jetzt vielleicht sagen das ist so ungefähr meine zielerwartung meine zielbox ob wir die noch vor der ankündigung der fed erreichen das werden wir sehen zumindest mal sind die chancen insgesamt dass wir diese zone ansteuern nicht so schlecht natürlich wenn der kurs jetzt bis 19 uhr heute bis 7 uhr deutsche zeit noch nicht bis dahin ist dann kann es durchaus sein dass da natürlich wackel in eine oder in die andere richtung geht für diejenigen die ähnlich vorsichtig sind wie ich gilt grundsätzlich der gedanke kurz vor einer fed zinsentscheidung sollte man nicht unbedingt im kleinen bild dabei sein denn ihr müsst damit rechnen dass dann eine schnelle eine starke bewegung ist und das doofe daran ist dass die euch unter umständen teuer ausstoppen kann und das ist immer etwas was ich nicht mag ich habe keine angst ausgestoppt zu werden das habe ich mir erlaubt habe ich gesagt also entweder gibst du mir den gewinn oder du nimmst mir das geld weg aber eben auch nicht mehr nur zu so einer entscheidung oder zu so einer wichtigen nachricht kann das sein dass der markt sehr schnell wird und dementsprechend das sein kann dass man nicht dort ausgestoppt wird wo man das eigentlich gerne möchte dann kann es teuer werden weshalb ich vor der entscheidung eigentlich ungern irgendwie was mache trotz alledem als orientierungspunkt auch für all diejenigen die vielleicht das selber gesehen haben und gesagt haben mensch letzte hoch vorletzte hoch das tief dazwischen ich bin ungefähr hier auf die short seite gegangen alles gut vielleicht den stopp langsam dann mal nachziehen irgendwann im laufe des nachmittags dass man nicht mehr so arg ins minus hier geht falls der kurs doch in die falsche richtung noch dreht und wenn er sich tatsächlich klassischerweise typisch eben in diese richtung bewegt ist alles gut und damit was passiert dann da an der marke dort wird dann wieder neu entschieden denn machen wir uns nichts vor ein rücksetzer auf dieses niveau macht sagt nichts aus über das große bild das ist also überhaupt nicht ein zeichen dass damit der bullenmarkt definitiv zu ende ist es wäre absolut nicht unrealistisch dass der kurs danach nach oben geht mit typischen triggern diese neuen zwischen hochmarke oder dann eben auf der kleineren ebene je nachdem auch was dann zur fitzinsentscheidung vielleicht an marktbewegung da ist kann ich mir vorstellen dass man da auf kleinerer ebene unterwegs sein kann häufig muss ich aber dazu sagen ist es direkt im nachgang eher hässlich was der chart uns da liefert hässlich insofern dass es eben nicht diese klassische unterscheidung gibt die eine seite stark die andere seite schwach also so wie wir das jetzt hier hatten zum beispiel hier vorne wo wir das relativ deutlich sehen konnten oder auch hier vorne zum beispiel diese seite und wenn ihr das mit dieser vergleicht stark ist die abwärts wackelig schwach die aufwärtsseite also kann man ungefähr davon ausgehen dass das in etwa noch mal gespielt wird ja und das geht hier auf der aufwärtsseite wackelig runter noch mal die aufwärtsseite ihr seht es geht im kleinen grundsätzlich genauso gut wie im größeren bild oder sogar auch später im ganz großen bild aber das wollen wir jetzt hier nicht angucken kein so tolles zeichen wäre es wenn der kurs sich weiter nach unten fortsetzt wobei man dazu sagen muss dass das tief was wir am 27 oktober hatten jetzt noch nicht wirklich ein drama ist denn dieses tief ist durchaus auch machbar dass wir hier zwar in dieser sagen wir relativ wackelnden und überschneidenden aufwärtsbewegung unterwegs sind und jetzt hier erstmal eine abwärtsbewegung bekommen also ein echter short trigger ist das nicht da würde ich mich lieber auf die kleineren bilder konzentrieren und sagen wenn ich dort short getriggert werde dann versuche ich da entsprechend rein zu kommen wie sieht es bei den kollegen aus na gut nasdaq schauen wir mal drauf da war das bild hier nicht so sauber erkennbar der kurs ist zwar auch nach unten gegangen also hier vorne stark nach unten gegangen und hier hatten wir eine aufwärtsbewegung und wenn ihr seht hier war gegenbewegung hier das war auch überschneidend also das war auch eher korrektiv aber mir gefällt das hier von der optik nicht so sehr ist nicht so deutlich wie das beim s&p ist also entsprechend kann es natürlich trotzdem hier deutlich nach unten gehen aber ist da jetzt zumindest aus diesem chartbild nicht der druck so direkt entstanden und hier ist witzigerweise sogar noch die zeichnung die ich gestern beim dow jones hatte naja es ist ziemlich exakt das gleiche das ist die abwärtsbewegung anschließend ging es ungefähr so und ihr wisst dass ein dreiweller ist ein klassisches zeichen für die abwärtsseite man muss anmerken dass die abwärtsseite die hier ja losgetreten ist hier hinten schon anfängt müde zu werden wir sehen dass wir eine menge überschneidung haben ich vermute das liegt daran dass man sich so richtig aus dem fenster lehnen will jetzt nicht mehr will bevor die fett entscheidung kommt und der fokus liegt nicht so sehr auf der zinsentscheidung das ist relativ klar relativ stark eingepreist also da ist die erwartungshaltung relativ deutlich was da passiert alle gehen davon aus dass es hier um 75 basispunkte auf 4,0 geht viel entscheidender ist das statement das begleitende die begleitende erklärung sozusagen ob wie es denn weitergehen soll ob es in der gleichen schrittgröße weitergeht ob man weniger ob man vielleicht irgendwann wieder erwähnt dass man bald wieder zurückrudern möchte und so weiter das kann also das wird den ausschlag geben also nicht so sehr die zinsentscheidung es sei denn sie ist insbesondere stark abweichen von der erwartung dann natürlich unter umständen schon aber achtet vor allen dingen auf das statement falls ihr nachrichten lesen wollt dazu oder aber schaut euch so machen wir charttechniker das schaut darauf wie die marktteilnehmer darauf reagieren da muss ich das nämlich nicht mal lesen dann gucke ich in die gesichter der anderen marktteilnehmer beziehungsweise in deren aktion und dann kann man schon sehen ob sie das toll finden oder eben entsprechend nicht abschließend vielleicht noch mal ein kleiner blick auf den dax dass wir das auch noch mal im plan haben hier der dax ja ein bisschen überschossen hier diese diese trendlinie wie hier glaube ich eingezeichnet genau immer noch oberhalb dieser marke also insofern sieht das eher noch gut aus im moment allerdings wenig druck auf der oberseite also vielleicht ein bisschen pause angesagt ich denke auch der dax und die daxianer sozusagen warten darauf was in amerika passiert und so lange halten sie sich zurück und schauen sich dann in ruhe an was passiert so in diesem sinne wünsche ich euch jetzt erstmal einen erfolgreichen nachmittag seid wie gesagt vorsichtig mit kurzfristigen positionen über die nachrichten hinweg dann ihr müsst damit rechnen dass ihr vielleicht von der idee recht habt blöderweise aber hässliche ausführungen zu dieser zeit bekommt das wäre zumindest mal typisch ich weiß man wünscht sich immer ja aber da könnte ich so schnell reich werden aber lasst euch da nicht aufs glatteis führen im zweifelsfall eher zu gucken staunen mal gucken was die anderen so machen und dann sagen habt euch entschieden ja gut dann mache ich wieder mit in diesem sinne euch alles gute und ganz liebe grüße